Ah, alles eisig wieder, ey. Wieder so ne Eiswürfel. Ach du meine Güte, guckt euch das mal an. Das sieht jetzt nicht unbedingt besonders einladend aus, will ich mal sagen. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Spielt, wir sind mit Kaizer unterwegs auf diesem Planeten, um die Xenobedrohung auszulöschen. Und ich bin gespannt, der hat jetzt hier gerade ne Pause gemacht, der Kaiser, in der letzten Episode am Ende, um mit mir zu sprechen. Der will irgendwas palabern. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Starfield reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Pläne rein, die immer am Anfang des Videos rechts um in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr es selber spielt und was ihr so von den Quests haltet, die ich persönlich für bisher zumindest sehr gut empfinde. Also mir macht das wirklich sehr großen Spaß, das alles so zu questen hier. So, dann sprechen wir mal mit ihm, was er jetzt für Probleme hat. Einheit 99 ist auf der anderen Seite des Arkans. Aber sie scheint von feindlichen Kräften kontrolliert zu werden. Ist das so? Ekliptik. Ein seltener Unternehmen wie Ekliptik würde Einheit 99 nur als Waffe einsetzen. Einheit 99 muss deshalb sofort entschärft werden. Das übliche Vorgehen wäre ein gnadenloser Frontalangriff auf ihren Außenposten. Stimmen Sie zu. Stimmen Sie zu. Oh Mann. Ein Frontalangriff klingt gut. Du wartest hier, ich sehe mir das selbst an. Wie kann diese Ekliptikgruppe die Einheit als Waffe einsetzen? Nur damit wir uns richtig verstehen. Mit Einheit 99 entwaffnen, meinst du vernichten, oder? Das ist die Standardmethode zur Entschärfung von Zino-Waffen. Ja. Okay. Ich würde mir das gerne selbst ansehen, tatsächlich. Na gut. Ich werde auf Ihre Rückkehr ragen. Na gut. Das klang aber nicht besonders überzeugt. Na toll. Das klang mir irgendwie na toll. Der Spielbeer will das machen. Na klasse. Na super. Wir sind am Popo. Warte mal. Vielleicht sollte ich nicht zu der Lampe hoch. Da können Sie mich ja sehen. Vielleicht sollte ich lieber versuchen, hier so ein bisschen so außen rum zu gehen. Also eine Xenowaffe. Mit Xenowaffen sind halt Roboter gemeint, die in diesen Xenokriegen, also da wo diese Terror-Morphs auch als Waffe eingesetzt wurden, die halt als Gegenmittel quasi konstruiert wurden, um dann mit dieser, mit diesen Terror-Morphs wieder klar zu kommen. So habe ich es zumindest verstanden. Es sind jetzt ein paar andere Quests so ein bisschen dazwischen gerutscht bei dieser Xenowmorph, beziehungsweise nicht Xenowmorph, Terror-Morph-Geschichte. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, das alles jetzt so nachzuvollziehen. Es sind einfach so mega viele Quests, ja Hauptquests, Nebenquests, kleine Mini-Quests und Aufgaben und hast du nicht gesehen. Es ist echt schwierig teilweise so den Kurs zu halten und eine bestimmte Quest-Reihe einfach durchzuziehen bis zum Ende. Das ist echt heftig. So warte. Die müssen wir alle umbringen. Die haben mich noch nicht gesehen. Töte Einheit 99, säubere die Ecliptic Base. Machen wir alles. Ich muss erst mal schauen, dass ich nicht entdeckt werde, weil wenn ich aus dem Hinterhalt versteckt angreife, dann kriege ich Damage-Bonus und das ist gar nicht mal so schlecht und deswegen sollte ich versuchen, den zu kriegen. So mal mit dem Visier hin. Habe ich doch gemacht. Muss aber erst mal schauen, dass ich versteckt bin. Eins, zwei, drei, vier Ecksteine. Spielbär muss versteckt sein. Und Harti raided mit 29 Leuten. Dankeschön. Grüße gehen raus. Raid, Raid. Hype, Hype. Dankeschön. Vielen Dank. Ich grüße, ich grüße. Danke sehr. Ich grüße alle Nasen von Harti. Und Harti grüße ich auch. Willkommen, willkommen. Wie läuft's? Wir haben gerade erst angefangen und wir wollen gerade diese Base hier clearn jetzt, weil der Roboter uns die Aufgabe gegeben hat. Und ich bin versteckt immer noch, die haben mich auch nicht gesehen. Wisst ihr, wie das aussieht hier? Das sieht aus wie riesige Berge von Scheiße. Es tut mir leid, dass ich derjenige bin, der das erkennt, aber das sieht aus wie riesige Scheiße Berge. Ohne Witz. Als wenn hier riesige, wahlartige, fliegende Kreaturen Haufen gesetzt hätten oder so. Keine Ahnung. So, da hinten ist er, der eine. Alter, wie lange, wie viel halten die denn aus? Das sind Level 34, Nasen. Vorsicht. Ganz schön krass, ey. Aber das ist auch ein Operator. Ach du Scheiße, was war denn das gerade? Habt ihr das gerade gesehen? Was ist denn da gerade durch mein Bild geflogen? Was war denn das? Was war denn das? Was war denn das? Ach so, das sind die... Ja, okay, ich verstehe. Warum rennen die denn da hinten hin, frage ich mich. Ey, schieß nicht auf mich. Ich glaube, es hackt. Wie sie da alle rumspringen. Komm, den Berg nicht hoch. Haha. Ich glaube, die kommen alle den Berg nicht hoch. Die wissen nicht, wie sie hier hochkommen sollen. Hä, guck mal, das Vieh greift die anderen Viecher an. Das ist größer als die anderen. Ach du Scheiße. Okay, da sollte ich erstmal nicht drauf machen. Lass erstmal denen die Arbeit machen, glaube ich. Es hat die Kollegen noch nicht platt gemacht, erstaunlicherweise. Und ich bin wieder verborgen. Ist ja verrückt. Das hat erst mich auf den Kieker gehabt, dann ist es abgedreht und ist zu den anderen Viechern und greift die jetzt an. Das ist ja wild. So, der eine ist platt. Wo ist denn dieser eine, der so richtig viel Leben hatte? Ist der jetzt schon tot? Ah, da unten ist er. Ja, komm mal her, du Sack. Ah! Hör aber auf, so rumzuspringen, Alter. So, jetzt haben wir einen. Mal aufpassen, dass der der Heslon nicht zu mir kommt. Hey, ist das Vieh jetzt gestorben? Ist das Riesenvieh jetzt gerade krepiert bei den anderen Viechern? Lol, ich musste gar nichts machen. Das ist selber gestorben. Das hat sich selber umgebracht. Ich sollte eigentlich dieses riesige Dinosaurier-artige Vieh sollte ich eigentlich umbringen, aber anscheinend hat sich das selbst umgebracht, lol. Sehr geil. Das hat sich da hinten in die Masse gestürzt. In die Viechermasse hat sich reingestürzt und ist dabei krepiert, wie es aussieht. Oder? Ah! Der blitzdingst mich hier. Was soll denn das? Alter, was hat denn der für eine Waffe? Ja, da oben ist nichts. Kannst ja gerne da deinen Todesstern-Laser hinlasern, aber da ist nichts. Da ist keiner. Warte mal. Ich müsste mal gucken, ob ich den hier sehen kann. Siren. Ziel wieder erfasst. Ja, ja. Nein, wo hänge ich denn jetzt? Verdammte Scheiße. Er springt halt auch nicht, wenn er irgendwie an der Landschaft festdenkt. Das finde ich auch immer ein bisschen nervig, muss ich sagen. Also da reicht ein so kleines Treppchen in dem Gelände aus und er springt halt nicht. Er läuft einfach weiter geradeaus, auch wenn du die Springtaste drückst. Das ist irgendwie... Das finde ich ein bisschen nervig von der Steuerung her. Kontakt verloren. Ja, wenn du runterspringst, bist du selber schuld, dass du Kontakt verloren hast. So, da bist du tot, siehst du. Hast du jetzt davon. Da hinten läuft die Siren. Säubere die Ecliptic-Basis. Habe ich alles hingekriegt jetzt? Ist auch geil eigentlich. Eigentlich musste ich gar nichts machen. Das hat sich eigentlich fast von alleine... Oh! Okay, warte mal. Wir müssen mit... Rennt doch mal, Mann. Du sollst rennen, Junge. Jesus Christ. Er ist halt auch echt so ein kleiner Problem-Hansel, weil er immer irgendwie nicht das macht, was ich sage. Kaiser, hilf mir mal. Schieß mal da den hässlichen Hässlorn hinter mir ab. Ha, springt da gleich runter. Ja, mach ihn platt, genau. Hilfe, ich helfe, ich helfe, ich helfe, ich helfe, ich helfe. Die sind halt auch echt heftig zu besiegen, ne? Hat er's? Hat er's? Ah, nee, hat er nicht. Getzert. Jesus, okay. Gut. Haben wir hingekriegt. Sehr nice. So, Kaiser, ich hab's geschafft. Unsere Arbeit hier ist beendet. Welche Mission haben Sie vorhin angesprochen? Ist Major Sanon beteiligt? Ähm, Hadrian und ich brauchen deine Hilfe, um eine mögliche Welle von Terror-Morph-Angriffen zu verhindern. Eine Plage. Terror-Morph-Angriffe. Das ist unruhigend. Sie haben beim Fürst von Schrotter nicht angedockt. Ich komme dorthin. Bam, nice. Der Kaiser, meine lieben Freunde. Der Kaiser. Warte mal, ich würde gerne da hinten noch looten, Kaiser. Dann bleibt mal da. Warte mal, ich muss mal speichern, glaube ich. Weil, ah, jetzt hat er doch automatisch gespeichert. Ich wollte nämlich gerade sagen, er hat nämlich noch nichts gespeichert bisher. Der muss ich schon aufstoßen, weil das so toll ist. Und 100 Blitz von Suroland. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ich bedanke mich. Ich will noch kurz die Base plündern von denen. Da gibt es bestimmt noch sinnvolle Sachen. Und ich will auch mal gucken, was dieses Vieh da hinten jetzt hatte eigentlich. Das hatte nämlich bestimmt noch irgendwas wichtiges. Intrus. Aber da ist jetzt noch einer unten, glaube ich. Moment, da müssen wir mal gucken. Da ist noch einer rumgelaufen. Jetzt muss ich vorsichtig sein, damit ich nicht auffliege jetzt, weil ich kann nämlich den dann schön aus dem Hinterhalt bleiben. Aber meine Tarnung ist eigentlich schon ziemlich gut, muss ich sagen. Wenn dieses Vieh direkt neben mir stehen konnte und mich nicht gesehen hat, dann war das eigentlich schon ziemlich cool. Ja, guck mal. Das Viech war da unten in dem Käfig drinne und ist dann da rüber gerannt und wollte die anderen Viecher irgendwie töten und hat sich dabei selbst umgebracht. Das ist auch geil eigentlich. Da ist bestimmt wichtiges Zeug drin. Hier Munition zum Beispiel. Da habe ich ganz viel verschossen. Da muss ich wieder was Helm tief bohren. Kredit, siehste? Sag ich doch. Das ist nämlich hier dieser heftige Typ, der so lange gebraucht hat, bis er gestorben ist. Wenn ich da so drauf schießen muss. Das sieht aus wie bei Jurassic Park, ey. Ohne Witz. So, jetzt hier. Was haben wir hier? Einen Datendisk. Die Model A Roboter, die wir in der Waffenkammer haben, sind erstklassig und werden im Falle einer Bedrohung auf der Station aktiviert. Ich habe nicht die nötige Freigabe, um zu wissen, was hier vor sich geht. Aber ich weiß sehr wohl, dass jegliches Sicherheitsrisiko eliminiert werden muss. In Anbetracht dessen, was hier auf dem Spiel steht, habe ich mir vorgenommen, um die Waffensysteme der Roboter selbst ein bisschen aufzumotzen. Ich habe mir ihre Aufruflisten angesehen und glaube, dass ich noch ein paar Verbesserungen an den Subroutinen in ihrer Programmierung vornehmen kann. Das ist so ein typischer Star Trek-Sprech. Subroutinen, und hast du nicht gesehen. Als ich dem Leutnant davon erzählt habe, hat sie mir nur ihren üblichen krimmigen Blick zugeworfen. Sie hat mich daran erinnert, dass ich die Erlaubnis der entsprechenden Personen benötige, bevor ich auf eigene Faust Modifizierung an den Maschinen vornehme. Das ist ein typischer Star Trek-Sprech. Wir müssen die Subroutinen der Positronen-Matrix kalibrieren. Es sind immer irgendwelche Subroutinen. Es ist auch immer irgendwie der Subraum. Subraum-Schwankungen, Interferenzen, Frequenzmuster oder so ähnlich. Kopfgeldjäger Kalibriert-Helm. Die haben es mit ihren Helmen hier, glaube ich. Legendäres Item. So legendär sah das jetzt aber gar nicht aus von den Stats. Habe aber nur kurz drauf geguckt. So, warte mal. Jetzt soll ich nochmal schnell schauen. Ich meine, hier hinten wäre noch ein, wäre noch dieses Viech gewesen. Und das hat sich ja wie gesagt, Siren. Okay, da hinten ist noch eine Siren. Ist aber tot. Kein Problem. Das war die, die vorhin noch da drüben gestanden hat. Ich will wissen, was das Vieh Intus hat. Hier, das ist es nämlich gewesen. Es hat sich selber umgebracht. Entartetes Quarksgewebe, Klebstoff, Aminosäuren. Nice. Kann man mal mitnehmen. Was haben die hier eigentlich so dabei? Knochen. Naja, die haben nun mal nur Knochen dabei. Okay. Ja, das war, glaube ich, gar nicht so unwichtig. Ich wette, sowas wie entartetes Quarksgewebe findet man jetzt nicht alle Tage, wa? Was ist das eigentlich? Nickel. Ja, das brauchen wir nicht. Ja, gut. Dann haben wir das doch. Warte, dann. What? What? Ach du Scheiße. Mine. Gute Mine im bösen Spiel. Warte mal, ich muss mal schnell reisen. Zur Hammerhead. Denn da ist nämlich mein, da ist nämlich der Roboter. Ist er schon drin? Ja, warte mal kurz. Ich muss das mal gerade prüfen. Nicht, dass ich den jetzt hier stehen lasse irgendwie. Also ich meine, gut, wenn er jetzt mit mir gesprochen hat, dann, dann muss er ja eigentlich da sein. Wo ist er denn, der Kaiser? Warum ist eigentlich Sarah nicht mehr da? Beziehungsweise, wo ist sie eigentlich? Ach, hier unten. Der Kaiser ist doch gar nicht da. Hey. Warte mal ganz kurz. Schlachtfeld von Mira. Kaiser? Haben wir den irgendwie im Kofferraum verstaut oder so? Wo haben wir den denn untergebracht? Scheint aber ja drin zu sein, der Kaiser. Der Kaiser meine ich natürlich. Auch bekannt als AI-Wanger. Oh Mann, oh Mann. Der Kaiser, der AI-Wanger. Man kennt ihn. Er ist anscheinend irgendwo drin. Wahrscheinlich haben wir den irgendwo ins Regal gesteckt. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Gibst zu. Du warst es. Dann ist er wohl drin. Ich wollte nur mal auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass wir den jetzt hier zurücklassen. Dann müssen wir wieder zurückfliegen. Man kennt das. Auf dem Slate stand ID DS2CVC3. Das sind alles Citroën Auto-Modelle. Ist das so? Okay, krass. Hä? Aber Citroën ist das nicht eine französische Firma? Warum Citroën Auto-Modelle? Frag ich mich da. Ähm. Moment. Missionen. Wo müssen wir denn jetzt hin? Kriegsrelikte. Kehre zur Basis der Red Devils zurück. Dann, äh, Kurs festlegen. Dann springen wir da jetzt einfach mal hin, würde ich sagen. Hier, Hauptquartier der Red Devils. Ah ja, stimmt. Wir müssen zu dem Labor. Ja, ja. Da, wo der Wissenschaftler schon angefangen hat. Jetzt haben wir was. Wir sind angekommen. Und das hat er ja... Wir treffen uns in der Anlage. Das hat er ja so schön umgebaut auch. Der Wissenschaftler hier. Das war ja alles verlassen ursprünglich beziehungsweise von Raidern überlaufen. Und der hat das ja alles wieder hergerichtet. Das finde ich auch so schön an dem Spiel, dass Locations sich verändern. Hier, dass jetzt hier nicht mehr das alles runtergekommen und verlassen ist, sondern das hier jetzt schön hell ist, alles wieder sauber, aufgeräumt. Das kann ich nicht glauben. Und Personal läuft rum, vor allem. Du bist in besserer Verfassung, als ich erwartet habe, Kaisa. Es sollte nicht lange dauern, bis du wieder voll einsatzfähig bist. Das ist schön zu hören. Man sagte mir, es gibt bereits eine neue Bedrohung. Ich würde gerne mir erfahren. Percival wird dir alles erzählen. Außerdem wirst du für den Anlass schick gemacht. Mhm. Anlass? Wohin geht es? Londinion. Hm. Londinion. Doktor, ich werde zusätzliche Waffen benötigen. Das ist der Plan. Komm mit. Käpt'n, du kommst mit mir. Aber Kaisa! Ich will wissen, was sie mit ihm machen. Das Problem, mit dem wir es zu tun haben, ist also gewaltig. Kredits! Und alles. Terrormorphs können überall sein. wir können sie nicht selbst finden und eliminieren. Aber was, wenn wir jemand anderen die Arbeit machen lassen? Komm, ich erkläre dir, was genau wir vorhaben. Ich weiß schon wen. Nämlich mich wahrscheinlich. Was ist, wenn wir jemand anders die Arbeit machen lassen? Oh, du bist ja gerade da. Pass auf. Weißt du noch, wie wir über die Terrormorph-Fresser gesprochen haben, bevor du nach Nira gegangen bist? Die Azelis? Äh. Das sagt mir nichts. Ich glaube, ich mache mal tatsächlich das. Moment, es gibt ein Ding, das Terrormorphs frisst. Dann nimm das als Nein. Doch, die gibt es. Anscheinend waren die Azelis Bluthunde für Terrormorphs. Aber als den Yussi während des Kolonie-Kriegs die synthetischen Lebensmittel ausgingen, sollten die Azelis die Lücken füllen. Wir dachten, sie wären ausgerottet worden. In den Daten fand das Forschungsteam aber den Standort ein paar überlebende Exemplare. Wie du siehst, wir schlagen vor, sie zurückzuholen. Wir würden Azelis züchten, sie auf menschlichen Welten einführen und der Natur ihren Lauf lassen. Mit einer Methode, die im Lauf der Jahrtausende bereits perfektioniert wurde. Nice. Wir könnten ihre Fortpflanzung beschleunigen mit, nun ja, mit den Technologien, durch die auch ich entstanden bin. Klonen. Wir glauben sogar, dass wir mit Zeit und Recherchen die Jagdfähigkeiten der Azelis nutzen könnten, um endlich herauszufinden, wie die Terrormorphs sich übertragen. Herausfinden, wie die Menschheit sie verbreitet hat und das Problem endgültig lösen. Ein Dino, naja, das sieht irgendwie aus wie eine Mischung aus einem Vogelkopf irgendwie, einen Körper von einem Prontosaurus so ein bisschen und einen Hals von einem Ankylosaurus und auch so den Rücken. Also irgendwie ganz merkwürdige Kreatur auf jeden Fall. Das klingt, als könnte es tatsächlich funktionieren. Wir setzen Aliens für unsere Zwecke ein. Das klingt stark nach der Xenokriegsführungseinheit. Das ist durchaus korrekt. Nur würden wir diesmal Menschenleben beschützen, statt sie zu beenden. Aber es gibt noch einen Weg, die Terrormorphs von unseren Welten zu entfernen. Er ist schneller, vielleicht effizienter, aber riskanter. Ich baller sie alle weg. Eine Mikrobe. Oh, okay. Wir könnten sie als Aerosol freisetzen und sich ausbreiten und alles mit Terrormorph-DNA auslöschen lassen. Nicht nur Morphs, sondern vermutlich auch deren Übertragungsmethode. Das klingt so unglaublich blöd irgendwie. Es würde dauern, das zu entwickeln, zu testen und umzusetzen, aber in puncto Effizienz käme keine Methode auch nur annähernd heran. Nicht mal die Aceles. Lasst uns alles mit ihrer DNA besprühen, genau. Das ist bestimmt überhaupt nicht gefährlich, ey. Dann besprechen wir mal, wie wir die Pläne in die Realität umsetzen können. Klingt als würdest du mit den Feuerspielen. Ich bin für die Aceles. Wenn es nach mir ginge, würde ich die Mikrobe einsetzen. Ja, ja, genau. Woher weiß ich denn, dass die Mikrobe nicht noch gefährlicher ist? Das wurde doch noch gar nicht versucht. Also weiß ich nicht. Machen wir mal das hier. Soll ich sie nicht einfach alle wegballern? So was liegt nicht einfach in jedem Labor herum. Aber wir denken, dass wir was entdeckt haben. Einen Ort in der bekannten Galaxie, an dem wir die benötigten Materialien finden sollten. Alle Wege führen nach Londinion. Mhm, mhm, mhm. Da muss ich hin wahrscheinlich. Ich wäre dafür zu starten und das ganze Gelände von oben mit Nuklearwaffen zu bombardieren. Das ist die einzige Lösung, die auch sicher ist. Dann sollen wir keine Zeit mehr verlieren. Londinion, wir kommen! Ganz genau das wollte ich hören. Jetzt haben die UC eine kleine Basis am Stadtrand von Londinion. Wir haben Zugangsberechtigung, müssen uns aber bei der Kommandantin der Basis Zaira Hatoum melden, wenn wir landen. Ich helfe Percival und Kaisa bei den Vorbereitungen. Sobald das erledigt ist, treffen wir uns dort mit dir. Aber denk dran, Londinion gehört den Terrormorphs. In der Basis werden sie Anti-Xeno-Ausrüstung für uns haben. Aber nimm auch deine Lieblingswaffen mit. Mehr Municiones! Oh, wir müssen sowas von mehr Municiones kaufen, meine lieben Freunde. Wir haben nicht genug. Nicht ansatzweise, glaube ich. Wenn sie schon sagt, ich soll meine Lieblingswaffen mitnehmen. Was habe ich jetzt da eigentlich für Klamotten bekommen? Das ist mal auch so eine Frage. War das jetzt? Helme waren das, glaube ich. Wenn mich nicht alles zäuscht. Kopfjäger hier. Helm des Kopfjägers. Kalibriert Helm. Tiefensucher legendär. Der Schlechter des Todes hier. Chamäleon. Halte im Schleichmodus still, um mit deiner Umgebung zu verschmelzen. Hacker. Plus zwei automatische Versuche, die beim Hacken für später aufgehoben werden können. Okay. Kopfjäger. Fügt dem Ziel beim nächsten Angriff nach einem Kopftreffer 25 Schaden zu. Sehr nice. Was hatte ich da noch bekommen jetzt? Hier, den hier, oder? Optimiert Helm. Tiefbohrung. Ne, der ist ja richtig schlecht. Den müssen wir mal verkaufen, glaube ich. Aber die sind alle nicht besser als mein Helm. Zumindest, äh... Zumindest, was die Werte angeht. Die Schutzwerte. Da ist meiner einfach besser. Naja, wobei der legendäre Helm hier, der hat immerhin luftbasierten Schutz und Energieschutz ist ein bisschen höher. Die anderen Werte sind alle geringer tatsächlich. Naja. Ist auch schwerer. Wir müssen mal die anderen Sachen auch mal loswerden, die wir nicht brauchen. Dann müssen wir mal alles verkaufen. So, äh... Wo muss ich jetzt hin? Warte mal. Jetzt muss ich das machen. Kaufe neue Ausrüstung. Ah, okay. Jetzt ist sogar die Aufgabe. Nicht schlecht. Ja, dann machen wir das doch gleich mal. Neue Ausrüstung kaufen. Ne, ich muss eigentlich alte... Was ist das hier, Alter? Was haben die denn hier gemacht? Ey, guckt euch das mal. Ist das ein Terror... Das ist doch der Terrormorph. Jetzt sehen wir den auch endlich mal aus der Nähe. Der Terrormorph hier. Guckt euch das mal an. Das ist der, den ich platt gemacht habe. Ich hatte nämlich schon mich gewundert. Oder beziehungsweise ich wollte den eigentlich schon beim letzten Mal mir mal ein bisschen mehr aus der Nähe angucken. Als wir auf dem Planeten den platt gemacht haben. Das erste Mal, wo wir den das erste Mal getroffen haben. Aber da war es so dunkel, da konnte ich das teilweise gar nicht richtig erkennen. Jetzt sehen wir das mal hier richtig. So ein bisschen so leicht Predator-mäßig mit den Mandibeln vor dem Gesicht so ein bisschen. Nicht schlecht. So, wer ist das hier? Verzeihung. Das ist der gesichtslose Wissenschaftshelfer. So, hier. Mit ihm müssen wir sprechen. Du hast Waffen? Dieser verdammte Planet. Wenn man lange genug weg war, blendet die Erinnerung das Unschöne aus. Zum Beispiel, was für eine Staubhölle der Mars ist. Also, was brauchst du? Alles. Ich brauche alles. Ich brauche nur ein paar Vorräte. Ich wollte mich nur vorstellen. Käpt'n Spielbär Vengard. Ich arbeite mit Hadrian. Du bist ja ein wahrer Sonnenscheine. Ich arbeite. Ah, du bist das. Man sagte mir, wir würden vielleicht zusammenarbeiten. Vielleicht, sagt er. Ich mag die Vengard nicht. Aber ihr zwei scheint die New Atlantis ja mitten im Getümmel gewesen zu sein. Die Kinder meiner Schwester leben in der Stadt. vielen Dank. Gern geschehen. Ich hoffe, deinen Angehörigen geht es gut. Ja, sie sind Teil davon gekommen. Forschungsdivision und Künstler sind im Prinzip so gut wie nutzlos. Aber immerhin hatten sie nichts mit den Kämpfen zu tun. Wie? Trotzdem würde nicht wollen, dass ihnen was passiert. Hast du deine Angehörigen? Also, was wolltest du noch gleich? Hast du die gerade als nutzlos bezeichnet, deine Angehörigen? Okay. Nur die beste haben wir in der Galaxie. Die sind alle nutzlos. Die sind alle völlig überflüssig. Wäre nicht schade, wenn sie weg sind. Aber hey, es geht ihnen gut. Das ist ja mal einer. Heftig, heftig. Warte mal, ich muss mal verkaufen. Helme. Die Helme will ich jetzt mal verkaufen. Den Helm hier, der ist ja mal völlig Banane. Den braucht ja gar keiner hier. Den hier, das ist nur eine schlechtere Version von dem, den ich habe. Ohne Bonus-Dings. Und der hier war auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. So, dann sind wir die schon mal los jetzt. So, dann zurück. Äh, Municiones müssen wir kaufen. Aber sowas von. Hä, wo bin ich jetzt? Achso, ich bin immer noch bei Verkaufen. Habe ich irgendwas bekommen? Ey, was ist das eigentlich? Äh, erweitert das mal? Äh, das können wir auch verkaufen, das Ding. Veredelt. Komm, das brauchen wir nicht. MacGyver. Ach nee, LockGyver. 20% Schaden bei Rotten. Der ist so schlecht, den verkaufe ich jetzt auch. Zerlegend. So, den verkaufe ich jetzt auch. Äh, Municiones, genau. Äh, die brauchen wir auf jeden Fall. Die müssen wir kaufen. Äh, was hat der echt nur 80? Der hat nur 10 Schuss davon? Sein Ernst? Ich bin bei Kaufen, oder? Ja, ja. Das war ja mal gar nichts. Genau, jetzt sind wir auch wieder ein bisschen leichter. Habe ich eigentlich noch Rucksäcke, die ich nicht brauche? Warte mal, nochmal ganz kurz gucken. Rucksack. Ja, da hatte ich noch einen, aber der hat bessere Werte als der hier ausgewogenes Boost Pack. Naja, besser ist immer relativ. Er hat halt schlechtere Verteidigungswerte, aber er hat halt, also der, den ich habe, hat schlechtere Verteidigungswerte, aber er hat halt dieses Tarn-Dings. Naja, egal. Die Schrotflinte sind die Hüllenlosen. Okay. Alles klar. So, was muss ich jetzt machen? Begib dich nach Londinion. Ja, jetzt müssen wir erst mal ins Schiff gucken und müssen mal dafür sorgen, dass wir jetzt noch die Sachen mitnehmen, die wir aus dem Schiff brauchen und nochmal ein bisschen Inventalia machen, damit ich vielleicht noch ein bisschen mehr Platz habe. Was ist hier drin? Oh, Kredits. Und keiner nimmt die mit. Weißt du, das finde ich auch immer so geil. Also, wenn jetzt draußen, äh, in der freien Wildbahn Kisten rumstehen einfach random mit Kredits drin. Das ist ja schon irgendwie seltsam, weil wer stellt einfach mitten in die Pampa irgendwelche Kisten, wo Geld drin ist? Also, in der Regel macht das keiner. Also, auch in unserer Welt macht das keiner. Gut, das ist diese Rollenspielkrankheit, diese typische. Aber, dass auch in den Gebäuden einfach random irgendwelche Kisten rumstehen, wo einfach Kredits drin sind, die anscheinend keiner braucht. Anscheinend halten die Leute hier nicht so viel von Geld, weil sonst würden sie das nicht überall da reinstecken. Ja, wo es einfach liegen bleibt und keiner interessiert sich dafür. Keine Ahnung. Ist auch geil. Ich bin irgendwie gefühlt der Einzige, der sich für dieses Geld in den Kisten interessiert. Alle anderen ist das irgendwie egal. Und das sind ja jetzt nicht mal kleine Summen. Ich meine, so 100 Credits, damit kannst du ja schon was anfangen in der Welt. Kannst du ja immerhin in der Bar was kaufen. Also, von daher ist es immer wieder interessant, ja. Ich finde das immer faszinierend, was alles in diesen Rollenspielen immer irgendwo rumliegt in Kisten und nicht genutzt wird. Und trotzdem gibt es aber in diesen Welten immer Leute, die nicht genug Geld haben. Da frage ich mich, die müssen doch nur mal ein paar Schritte laufen eigentlich und mal in die ein oder andere Kiste reingucken und dann haben die doch schon Geld. Warte mal ich wollte eigentlich nur dann haben die doch schon Geld. Also, die müssen da nicht mal viel machen. Eigentlich. Aber es sind doch keine Münzen oder Scheine, es sind doch nur Blockchain Credits. Ja, dann ist es ja noch sinnloser, aber warum liegen die dann überhaupt in der Kiste? Also, wozu? Und warum kann ich dann drauf zugreifen, wenn das jemanden gehört? Bei der Blockchain hat doch jemand dann den Zugriffscode da drauf. Und das heißt, das ist doch dann gebunden an den Account von demjenigen. Dann kann ich doch damit gar nichts anfangen eigentlich. Also, das ist noch unlogischer eigentlich. Aber egal. Ich wollte jetzt eigentlich mal gucken, bevor wir jetzt uns hier ins Abenteuer stürzen, ob ich noch was verbessern kann. Und ob ich vor allem, ich habe ja noch, nee, ich habe keinen Skillpunkt. Okay, ich habe die Hälfte von meinem Skillbalken voll. Wir müssen ja eh noch ein bisschen mehr leveln auch für Waffen nochmal. Wir wollen noch ein paar mehr Waffen mitnehmen. Was haben wir denn in unserer Waffenkammer, was wir momentan nicht verwenden? Guck mal hier zum Beispiel diesen Peacemaker Gewehr episch. Das hat nämlich 77 Damage und davon haben wir 1300 Schuss. Das wäre zum Beispiel mal eine Idee. Die Soul Lace ist relativ uninteressant. Der Merlstrom, der macht nur 13 Schaden, das kannst vergessen. Was ist das hier? Das ist dieses Antipersonen Jagdgewehr. 10% Schaden bei Menschen. Das nützt uns glaube ich nichts, wenn wir jetzt in eine Xenomorph-Welt gehen. Dann haben wir hier ein Messer, was aber Roboterschaden erhöht hat. Das bringt glaube ich nichts. Eine Pistole. Die hat aber nur 300 Schuss irgendwie. Was ist das? Dieser komische Dolch, der ist aber jetzt auch nicht besonders geil. Eine Laserwaffe, die nicht besonders viel Schaden macht. Was das hier? Titan kalibriert. Pacifier. Ach, das war der Pacifier. Schaden bei Robotern. Radioaktiv. Titan gefertigt. Die macht aber ordentlich Damage. Aber da haben wir nur 319 Schuss. Was sind das? 15 mal 25 CLL Patrone. Okay. Das ist hier der Weltraum Experte Bridger. 30 Schaden im All und minus 15 Prozent Schaden während du dich auf einem Planeten befindest. Das wären ja dann bei 100 wären wir dann wenn man dann auf dem Planeten ist. Präzision ist auch nicht so gut. Was das ist? Oh zerlegen modifiziert kalibriert meck puls. Da braucht man 6,5 mm mi. Da haben wir auch nur 232 Schuss davon. Verlängerter Lauf 20 Prozent Schaden bei Robotern. Wir kämpfen halt nicht gegen Roboter das nützt mir nix. Ne da würde ich eher den Peacemaker noch mitnehmen glaube ich. Der macht 77 Damage 100 300 Schuss haben wir davon gesteigert das Angriffstempo demoralisieren guck mal das ist auch geil verlängerter Lauf Laservisier Aufklärungs Zielfernrohr Mündungsbremse ja das Ding ist gut komm das zielfernrohr ist doch geil und 1311 Schuss dann haben wir mal dann haben wir sind wir bei über 2000 Schuss oder nicht wenn wir jetzt beide Waffen den Beowulf warte mal das habe ich alles auf Schnelltasten hochgelegt wenn wir jetzt den Beowulf noch dazunehmen dann haben wir ja ich würde aber gerne noch mal ein bisschen mehr Munition für den Beowulf kaufen ehrlich gesagt weil der ist das 1113 1113 ist mir zu wenig ist mir viel zu wenig da will ich mehr haben ich brauche noch mal irgendwie einen Waffenladen jetzt wo fliegen wir denn da hin Neon hat einen Waffenladen äh ah wir können nach Dings fliegen nach Attila City oder wir können eigentlich auch gleich hier mal landen hier gibt es ja auch einen Waffenladen glaube ich erst mal die Waffen die im Frachtraum Staub ansetzen verkaufen ja das können wir immer noch später machen ein Frachtraum entmüllen das will ich nicht in den Episoden machen eigentlich das will ich eigentlich dann offscreen machen wenn wir nicht aufnehmen verstehst das ist schon das dauert schon so lange eine Waffe rauszusuchen hier das ist schon so lange weil man die ganzen Werte immer vergleichen muss jedes Mal nee wir machen jetzt nochmal schnell einen Munitionskauf und dann geht es los zu dem Planeten so machen wir das jetzt ja das Problem mit dem Malus also nee ich habe eigentlich glaube ich keinen Malus tatsächlich ich glaube das ist tatsächlich ein Fehler was da angezeigt wird ja also ja ich weiß ich habe hier angeblich das hier mit diesem Tropfen aber da steht bevorstehendes Wetter Wetterwarnung Achtung gefährliche Witterungsverhältnisse ziehen auf das ist glaube ich kein Zustand das ist ein Fehler das hatten wir mal auf irgendeinem Planeten diesen Status Effekt aber der ist irgendwie geblieben den habe ich die ganze Zeit egal wo ich bin und ich kriege den auch nicht weg es gibt anscheinend da dagegen nichts und selbst wenn ich da Medikamente ich habe glaube ich sogar schon mal was gegen genommen hat es trotzdem nicht entfernt also das ist irgendein Fehler das ist auch das ist ja kein Status da wird ja gesagt das ist ein Wetterereignis aber hier ist ja nichts dergleichen auch innen drin habe ich das also wenn ich wenn ich in der Base bin habe ich das ich kriege das wie gesagt auch nicht weg wir waren ja auch schon bei der Ärztin gewesen und die hat ja alle Leiden die ich hatte entfernt oh hier gab es einen Zwischenfall guck mal die hat ja alle Leiden entfernt die Ärztin hier von Dings und da war das immer noch danach also wenn das dann nach dem Arztbesuch immer noch ist wenn du sagst entferne mir alle Leiden ich kriege hier 750 Credits dafür dass du alle Leiden entfernst und du hast das immer noch dann nützt dir keine Medikamente dann kannst du da nichts machen dagegen dann ist das irgendein Fehler das soll eigentlich gar nicht sein tatsächlich das ist ein Bug glaube ich ein Interface Bug oder so ähm hast du irgendwelche besonders guten Angebote nee du sollst mir zeigen was du auf Lager hast Munitiones so wir brauchen 7,77 Millimeter Hülle siehst du er hat eine große Menge davon so er kriegt ordentlich Geld von mir jetzt hier so jetzt muss ich mal schauen was war das andere jetzt nochmal jetzt muss ich nochmal gucken die andere Muni die war noch Freunde sag mal ist das hier äh die Stimme kommt mir bekannt vor von ihm ist das die von Let's What She Said ich glaube das ist die Stimme von ihm warte mal jetzt muss ich mal kurz gucken äh Waffen genau Peacemaker braucht Kaliber 50 der braucht Patrone Hüllen los und das Katana braucht nichts ok also Kaliber 50 und Patrone Hüllen los brauchen mal gucken ob er das auch hat hier warte Munition Kaliber 50 Kaliber 27 Kaliber 50 MI Array ist das glaube ich kauf mal alles davon und Patrone Hüllen los war es noch Rotflinten Patrone Hüllen los ich glaube das ist er auf jeden Fall habe ich jetzt für meinen Bio Wolf noch ein bisschen was weißt du was ich lasse mich jetzt sicherheitshalber noch mal heilen von der Ärztin was Material ein Medi Kit brauche ich Medi Bug so hier ich glaube das reicht oder was sind denn da was ist denn das für ein Planet wo wir jetzt gleich hingehen ist das ein was gibt es denn da hier warte mal das brauchen wir glaube ich auch mal diese Injektoren irgendwas gegen Knochenbrüche noch genau gegen Säure und ansonsten ja das vielleicht auch noch ein Entgifter weiß ich nicht ob wir den brauchen keine Ahnung ja und dann vielleicht noch Antibiotische Antibiotika genau ach du meine Güte Heilmittel das ist ja auch geil ja komm das kaufen wir auch mal wofür hat man denn Credits so jetzt soll sie mich noch mal komplett heilen sie sagt auch dass ich nichts habe 400 Credits zahlen heile meine Wunden ich flicke dich schneller zusammen als du bis drei zählen kannst ich habe gerade was anderes verstanden aber das hätte sie auch machen können hätte ich auch nichts dagegen gehabt wir sehen uns feindliche feindliche aufklärung darf 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 sein ich bin mit commander verabredet ich bin auf einer kritischen mission lasst mich passieren oder ich melde euch ich mache mal das tja sie sagen bescheid ich werde angemeldet direkt so dann machen wir mal landen wir mal in vorgeschobene basis 441 landen meine lieben freunde landen jetzt bin ich gespannt wie das aussieht auf dem plan landestelle sauber sieht nicht besonders einladend aus von außen nice guck mal und da kommt da runter ja alles eisig wieder wieder so ne eiswürfel ach du meine güte guckt euch das mal an das sieht jetzt nicht unbedingt besonders einladend aus will ich mal sagen na gut dann verlassen wir das schiffchen mal so wir müssen uns jetzt hier mit guten tag ich dachte gerade da läuft schon der erste boah guck mal wie cool das mit dem licht gemacht ist habt ihr das gerade gesehen wie der da an der wand vorbeigelaufen ist und die lampen werfen den schatten auf die wand diese dynamischen schatten sind schon echt geil das muss man wirklich mal sagen also werfe ich ja ist ja gut ich komme ja schon hier ich bin da auf zum kommando am anderen ende des geländes ok roger vorgeschobene hier wird schon ordentlich geballert achso das ist einer der hier übt dann wollen wir uns mal melden was ist das hier terrabru ach guck mal hier gibt es sogar einen coffee shop ich rühme mich alle zu kennen die fuß auf diesen planeten setzen aber dich kenne ich nicht bist du mit dem sammelteam hier oder du bist ein eindringling und hast ordentlich pech ja ja ich bin ein eindringling captain spielbeer lp uc vanguard ich werde erwartet ich möchte nur einen kaffee schwarz bitte zwei stück zucker ja das mache ich mal komm mhm ablenkung wie niedlich nervös was das ist wirklich keine chance naja vielleicht kriege ich meine antwort eben von ihnen kommander hatu ich vorstellen ist nicht nötig major sonno dr walker euer ruf eilt euch voraus außerdem nehme ich an gehört er zu dir oh äh der captain ja ma'am ohne ihn wäre das nicht möglich mhm dann sollten wir keine Zeit messen mhm haha also londinion gehört zu den gefährlichsten Orten in der Milchstraße es gibt also einen Grund warum meine Soldaten und ich die Stadt auf keinen Fall betreten wollen überall gibt es Terrormorphs und die strukturellen Schäden die zurückblieben als als major sonno's Vater den Raumhafen bombardierte hat das weite Teile der Metropolis in ein verfallenes Labyrinth verwandelt deshalb bekommt ihr jegliche Ausrüstung und Informationen und wir laden die kommunalen Freischaltcodes auf euren Roboter hoch ahja welcher Roboter alles was zur Verfügung steht für euren Erfolg nur eines nicht auf der anderen Seite dieser Barrieren seid ihr auf euch allein gestellt wenn es Probleme gibt werden meine Leute nicht mehr kommen haben wir uns verstanden verstanden ma'am keine Verstärkung so ist es dann bereite dich mal vor deine Ausrüstung findest du in unserer Waffenkammer am Fuß des Turms gleich draußen sobald du die Basis erreicht hast empfehle ich dir den kürzesten Weg zur nahegelegenen Ateles Fabrik zu nehmen dort ist eines unserer Feldverstecke ich kann nur nicht garantieren dass sich sonst nichts dort befindet ich hoffe ihr fehlt da draußen was ihr sucht Roboter du kommst mit mir jawohl ach er ist doch mitgekommen danke Commander Percival bereit dich in ihren Kommunikationsturm einzuklinken sollte nur ein paar Minuten dauern erledige das und verschwinde von hier Percival wird von hier aus die Stadt nach unseren Proben absuchen wenn er eine findet wird er uns die Koordinaten übermitteln ich dachte Kaiser wäre jetzt nicht mitgekommen okay das ist manchmal komisch weil die nicht immer alle im Raumschiff zu sehen sind wenn die mitfliegen irgendwie deswegen bin ich da etwas verwirrt falls ihr euch jetzt wundert warum ich das nicht auf dem Zettel hatte dass der jetzt mitgeflogen ist ich dachte der wäre nicht dabei jetzt weil sie auch meinten sie müssen den erst aufrüsten unter Kühlung erlitten na super bereit wenn du es bist geht zur Waffenkammer und rüste dich aus wenn du fertig bist treffen wir uns am Stadteingang ja ich glaube ich muss mir gleich erstmal einen Kälteanzug besorgen Tür auf und so hier sind wir was haben wir denn hier ah hier Material nice was ist das gepanzert veredelt Anti-Xeno-Rucksack Thermalschutz guck mal das ist eigentlich gar nicht so schlecht ich nehme mal den mal mit was das ähm äh Helm Anti-Xeno-Legendär da muss ich ja vorher nochmal Sachen ablegen sonst bin ich ja wieder überladen ach man ey und an dieser Stelle endet diese Folge Starfield wenn es euch gefallen hat lasst gerne einen Daumen nach oben da schaut gerne in die anderen Videos rein die hier an dieser Stelle verlinkt sind oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Bär-Nachrichtigungen damit ihr kein Video mehr verpasst denn es kommen täglich Videos nicht nur zu Starfield sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen da wird es für euch nicht teurer aber ihr unterstützt mich damit da mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis und das ist eine sehr coole Möglichkeit meinen Kanal zu unterstützen vielen lieben Dank wenn ihr das schon gemacht haben solltet und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video danke fürs Zuschauen und ciao ciao